Applaus Wir haben unsere Wahlziele erreicht. Die CDU ist mit deutlichem Abstand stärkste Kraft in Schleswig-Holstein. Und die Sozialdemokraten mit weit unter 30 Prozent und damit mit einem ihrer historisch schlechtesten Ergebnisse. Damit ist klar, die Küstenkoalition ist abgewählt. Applaus Das bedeutet, die Wählerinnen und Wähler haben Daniel Günther und der CDU in Schleswig-Holstein einen klaren Regierungsauftrag erteilt. Die Menschen haben den Politikwechsel gewählt. Die Menschen in Schleswig-Holstein wollen, dass Daniel Günther ihr nächster Ministerpräsident wird. Applaus Und deswegen gratulieren wir den Freunden in Schleswig-Holstein. Deswegen gratulieren wir Daniel Günther ganz herzlich zu diesem persönlichen großen Erfolg. Ich will als Generalsekretär aber auch sagen, ich bin stolz auf die CDU. Ich bin stolz auf... Bis zum nächsten Mal.